Ivan fragte sich den ganzen Morgen, wie Rose wohl auf den Tisch und seinen Brief reagieren würde. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie sie tobend und schimpfend durchs Haus lief und ihn zum Teufel wünschte. Sie würde sicherlich heute noch in seinem Geschäft auftauchen und mit ihm streiten wollen. Den Tisch konnte sie nicht ohne weiteres zurückbringen, denn er passte nicht in ihren Wagen. Das ließ Ivan schelmisch lächeln. Bei dieser Rose musste man mächtig Geduld mitbringen. Das erkannte man schon daran, wie sie ihren Garten pflegte. Der sah genauso aus, wie es im Herzen dieser Frau aussehen musste, wüst und zugewachsen. Die Blüten waren verblüht, hingen an gelben, saftlosen Stängeln zu Boden gerichtet und warteten auf den Fäulnisprozess. Dieser Frau muss doch beizukommen sein, sagte Ivan leise. Als er vor seinem Computer saß und eine Rechnung eintippte. Es war gerade Mittagszeit und nur wenige stöberten auf seinem Hof herum. Er nutzte diese Zeit immer für seine Buchhaltung, die er hasste und deswegen tagsüber erledigte. Denn abends würde er es zu vermeiden versuchen. Sein Alter begann ihn zu schaffen zu machen. Die Menschen waren in den letzten Jahren immer hektischer und kritischer geworden. Der Umgang rauer. Die Technik entwickelte sich so rasend schnell, dass er bald einen Buchhalter nur für dieses Programm brauchte, was er ständig updaten musste. Wo nur sollte das alles hinführen? Die Menschen beraubten sich selbst mehr und mehr ihrer Menschlichkeit und überließen den Maschinen ihr Leben. Ivan schüttelte den Kopf. Nie zuvor war so viel gehandelt worden wie in den letzten Jahren. Am liebsten wollten die Menschen alles geschenkt bekommen. Aber jeder trug so ein Smartphone mit sich herum und gab hunderte von Pfund für den Stress aus, den das Ding verursachte. Die Nachrichten berichteten von steigenden Selbstmordraten bei Studenten und Depressionen bei Grundschülern. Irgendwas lief schief in dieser Welt. Dabei war sie so einfach zu begreifen. Wieder dachte er an Rose. Wie schön wäre es, wenn sie seinen Rat annehmen würde. Ivan lächelte. Ob sie den Tisch schon ins Haus geholt hatte? Oh, wie würde der sich freuen, die alten Wände wiederzusehen und den Geruch im Haus einzuatmen. Welch ein Fest! Der Tisch würde lachen, singen und triumphieren, dass er auf seine alten Tage das noch erleben durfte. Wie sehnsüchtig und traurig hatte er monatelang in Ivans Lager gestanden, wartend auf die Abreise. Wir schaffen das, hatte Ivan ihm versprochen. Wir müssen nur Geduld haben und etwas Glück. Denn diese neue Besitzerin weiß noch nicht, wer und was du in Wahrheit bist. So übte sich auch der Tisch in Geduld und stand endlich in Roses Cottage. Ihm gegenüber lehnte ein anderer Tisch an der Wand. Ein gewaltiger, viereckiger und erhabener Brocken. Der runde Tisch sang nicht, wie Ivan es vorausgesagt hatte. Auch fühlte er sich nicht glücklich, sondern eher an die Wand gedrückt. Er schwieg. Sein Gegenüber war mächtig. Plötzlich begann ein merkwürdiges Gespräch. Da siehst du, was du angerichtet hast, du kleine Kröter, zischte es plötzlich durch den Raum. Die Beine hat sie mir abmontiert und mich wie Abfall an die Wand gestellt. Der runde Tisch stand schweigend an die Wand gelehnt. Er würde einem solchen Monster nicht beikommen können. Ihm waren das Lachen, die Fröhlichkeit und die Gemütlichkeit auf den Leib gepinselt worden. Nicht so dem Großen, der Beschimpfungen durch den Raum zischte und sich um seine Aufgabe betrogen fühlte. Im Esszimmer herrschte Zwiespalt. Auch ich habe schlechte Zeiten erlebt, flüsterte der runde Tisch plötzlich. Ha! rief der Eckige zurück. Es gibt keine schlechten Zeiten. Es gibt nur Zeiten, die du nicht beherrschst. Dann bist du ein Versager. Der runde Tisch schwieg. Wie leicht nahmen die Menschen dieses Wort in den Mund, um ihr eigenes Versagen zu kaschieren. Besonders die Mächtigen. Ja, diese merkwürdige Konversation hatte wirklich in Rose's Cottage stattgefunden. Doch nur die Eingeweiden dieses Geheimnisses konnten sie hören. Ivan war einer von ihnen. Für ihn steckte in jedem Möbelstück ein Leben, das sich auf die Menschen übertrug. Manchmal war es ein Leidensweg. Manchmal ein Glücksfall. Es kam immer darauf an, welche Menschen das Möbelstück erhielten. Welche Stimmung herrschte in diesem Haus und welche Gefühle steckten in den Menschen drin. Wer denierte an dem Tisch, pflegte ihn. Oder wer kratzte und beschädigte ihn. Das alles prägte Tische. Oft unternahmen sie lange Wanderungen und neue Stimmungen wurden auf sie abgeladen und tief ins Holz geritzt. So war es dem runden Tisch über viele Jahre ergangen. Er war einmal mit viel Liebe für dieses Cottage hergestellt worden. Er hatte Freude und Leid gesehen und wusste so einiges zu berichten. Dann diese nette Familie. Oh, war das eine Freude gewesen. Drei kleine Mädchen hatten täglich ihre kleinen Händchen auf die Tischplatte gelegt und dabei so niedlich gelacht. Der Vater hatte zu jeder Mahlzeit gebetet und dem Leben für sein Glück gedankt. Er ließ alles in diesem Haus schützen und segnen. Die Mutter hatte ihn stets sauber gehalten und mit wunderschönen, bestickten Tischdecken verziert, sodass es eine Freude war, in diesem Cottage zu leben. Doch dieser eckige Tisch, der ihm gegenüber stand, passte ganz und gar nicht in dieses Zimmer. Er trug Stolz und Falschheit in sich. Der runde Tisch schwieg und wartete sehnsüchtig auf Roses Rückkehr. Sie musste ihn von dieser Plage befreien, sonst würde Ivans Idee kein glückliches Ende nehmen. Rose brachte es nicht übers Herz, dieser Jackie ihre Meinung zu sagen. Irgendetwas hielt sie plötzlich zurück und ließ sie den Tee genießen und der Musik lauschen. Wie schön! Jackie sah sie an und Rose stellte zum ersten Mal fest, wie ähnlich sie eigen sah. Sie könnte glatt seine Schwester sein. Beide hatten ein offenes Lachen und strahlten Güte und Sympathie aus. Die Falten waren an den rechten Stellen, die ihr häufiges Lachen widerspiegelten. Rose spürte Verwirrung aufkommen, denn sie konnte mit solchen Momenten nicht gut umgehen. Aus ihrer Sicht waren alle Menschen berechnend und eigennützig. Eine schwere Bürde, mit dieser Einstellung zu leben. Rose suchte die Hinterhältigkeit in Jackie, doch sie fand keine. Wäre ihre Mutter dabei gewesen, hätte sie gewiss etwas gefunden. Doch es gab keine Mutter mehr, die ihr die Welt erklärte. Und Rose fühlte sich plötzlich wie ein hilfloses Mädchen, das die Welt noch nicht verstand. Ihr war die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Es ist schön, sie hier in Borsington zu haben, hörte sie Jackie sagen. Die Worte klangen so weit weg, denn sie waren ihr fremd. Niemand hatte es schön gefunden, Rose in der Nähe zu haben. Selbst ihre Mutter hatte ihr oft gesagt, welch eine Plage sie sei. Dabei hatte sie ständig nur sich selbst gemeint. Doch Rose litt unter diesen Äußerungen und kleidete sich dementsprechend. Dabei hätte sie so gerne einmal bunte Kleidung getragen. Und einen schicken Hut und eine ganz verrückte Brille dazu. Die Mitarbeiter im Büro hatten sie gemieden, obwohl sie so tüchtig gewesen war. Sie war die, die die meisten Anträge fehlerfrei bearbeitet hatte. Sie hatte sich nie einer zusätzlichen Kaffeepause hingegeben oder über andere geschwatzt. Sie hatte ständig ihre Pausen im Büro verbracht. Meistens hatte sie sogar dann weitergearbeitet. Sie war eben eine Plage. Und so konnte Rose den Worten von Jackie keinen Glauben schenken. Warum sollte es für andere plötzlich schön sein, dass sie da wäre? Sie ließ ihren Garten verkommen, lehnte jeden Kontakt ab und hatte diesen alten Mann öffentlich im Geschäft beschimpft. Das hatte sich sicherlich herumgesprochen. Doch es war genau das, was Ivan und Jackie motivierte, Rose in ihre Mitte zu nehmen. Diese Frau hatte das Gefühl verloren, Gutes zu spüren und zu tun. Das musste sie wiederfinden, wenn sie den Rest des Lebens hier verbringen wollte. Sie ist gestrandet, hatte Ivan zu seiner Schwester gesagt. Wenn wir sie nicht mit dem versorgen, was sie zum Weiterleben braucht, wird sie hier verenden. Ivans Eltern konnten in solchen Fällen auch nicht wegsehen. Sie erkannten schnell die Opfer dieser Welt und schenkten ihnen Vertrauen und Hilfe. Das wurde von jeher in seiner Familie so gehandhabt. Und sie fanden immer wieder neue Opfer. Allein in Ivans Junkshop standen unzählige Opfermöbel herum, verblassten und stießen ihren Lack ab. Ihr Holz trocknete aus und wurde grau und unansehnlich. Und dann gab es diese Tätermöbel, die nur so vor Massivität und dickem Lack glänzten und damit täuschten. Meistens waren sie dunkel, groß und angsteinflößend. Genau wie der Tisch, der in Roses Cottage an der Wand lehnt. Ivan nahm nur allzu gern diese Möbel bei sich auf und wartete auf die passenden Kunden dafür. Es war wie ein Spiel, das er betrieb. Er schwatzte machtgierigen Kunden böse Möbel auf und den Opfern die Wuten. So sollte jeder aus seiner Sicht das bekommen, was er verdiente. Menschen, die nicht bereit waren, ihre Bösartigkeit abzulegen, mussten eben weitergequält werden, bis sie einsahen, dass es falsch war, was sie taten, oder eben daran zugrunde gehen. Doch jeder sollte zunächst seine Chance bekommen. Diese Chance gab Ivan Rose durch diesen Tisch. Wenn der nicht ihren Eigensinn und ihre Sturheit brach, würde sie ihn zurückbringen. Da war sich der alte Mann ganz sicher. Dann hatte sie nichts Besseres verdient als eines von diesen bösen Möbeln. Dann saß die Verbitterung zu tief in ihr drin und würde sie bis ins Grab begleiten. Jeder auf dieser Welt hat die Wahl. Er muss sie nur treffen. Doch dieser runde Tisch hütete zusätzlich ein anderes Geheimnis. Es war nur Rose zugedacht. Nur sie konnte es lüften und verstehen. Dazu benötigte sie Mut, Geduld und Vertrauen. Etwas, das sie zur Zeit keineswegs besaß. Wieder dachte Rose über Jackies Worte nach, dass es schön war, sie hier zu haben. War es eine Lüge oder die Wahrheit? Sie entschloss sich, kurz Danke zu sagen, als Jackie erwähnte, ich bin übrigens Ivans Schwester. Sie hatte es gewusst. Alles war nur ein Komplott. Sie rauften sich zusammen und wollten sie gefügig machen. Rose zahlte und verließ gruselos den Tearoom. Die wenigen Meter bis zu ihrem Cottage ließen sie taumeln. Benommen schloss sie die Tür auf und verstand die Welt nicht mehr. Kaum hatte sie die Haustür hinter sich verschlossen, holten sie die alten Gefühle wieder ein. Im Haus herrschte Stille. Das Zischen aus dem Esszimmer war verschwunden. Und so wagte sie einen Blick dort hinein. Wie zwei beleidigte Wesen lehnten die Tische an den Wänden und warteten auf ihre Entscheidung. Rose betrat das Zimmer und sah auf den alten Tisch ihrer Mutter. Sie kam sich plötzlich respektlos vor, dieses Möbelstück wegzugeben, wo es doch ihr ganzes Leben begleitet hatte. So eine Schande. Und es war ihr, als würde der Tisch ihre Gedanken bejahen. Die Vergangenheit klebte an Rose wie ekelhafter Leim, den sie nicht loswerden konnte. Fest stand jedoch, dass dieser Tisch nicht in dieses Zimmer passte. Oder meinte sie etwa, dass er nicht mehr in ihr Leben passte? Rose war wieder verwirrt. Ihr Leben geriet immer mehr in eine Schieflage. Wenn sie diesen Tisch abgeben würde, müsste sie das auch mit all den anderen Möbeln machen. Wo sollte das nur hinführen? So ein Durcheinander. Eben noch hatte diese wunderschöne Musik in ihren Ohren geklungen und jetzt diese erdrückende Stille. Im Haus ihrer Mutter hatte auch immer diese Stille geherrscht. Sie kam einem Tod gleich. Rose hielt es kaum noch aus. So stark wurde ihr Leidensdruck. Dabei handelte es sich doch nur um einen Tisch. Das Telefon unterbrach ihre Gedanken und rettete sie. Es schrillte auf, als würde es sie aus einem Albtraum herausholen wollen. Was war nur los? Wer wollte sie diesmal erreichen, obwohl sie doch lieber unerreichbar blieb? Sollte sie das Gespräch überhaupt annehmen? Hallo, rief jemand am anderen Ende der Leitung. Eine Stimme, dunkel und klar. Und Rose dachte kurz an Ivan. Hallo, fragte dieser jemand erneut. Wer ist da? fragte Rose kurz angebunden. Alan, der Techniker ihrer Telefongesellschaft. Ich wollte nur kontrollieren, ob ihre Leitung wieder funktioniert. Sie waren eben nicht erreichbar, deswegen dachte ich, ich versuche es noch einmal, bevor ich einen Kollegen bei Ihnen vorbeischicke. Ein weiterer Fremder an ihrer Haustür? Auf gar keinen Fall. So sagte sie. Wie Sie hören, funktioniert ja alles wieder. Dann hat sich alles erledigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Es klickte in der Leitung. Und Rose blieb es erspart, diesem Alan auch einen schönen Tag zu wünschen. Sie sah auf den Hörer und verfluchte ihre Grantigkeit. Zum ersten Mal wünschte sie, sich freundlich zu sein. Doch es fühlte sich an, als würde ihre Mutter mit erhobener Hand hinter ihr stehen. Wage es! Es wäre nicht das erste Mal, dass Rose Schläge erhielt. Mödl hatte immer schon gerne Ohrfeigen verteilt, wenn sie ihre eigene Wut nicht in den Griff bekam. Und es war oft nicht bei Ohrfeigen geblieben. Sie hatte jegliche Wut auf dem Körper ihrer Tochter platziert. Da war die Wut auf sich selbst, dann auf den ehemaligen Mann und zum Schluss auf ihre Eltern und die Nachbarn. Die Liste war lang, genau wie die Schläge, die Rose auszuhalten hatte. Doch sie war nicht so schlimm gewesen, wie die Worte, die ihre Mutter gegen sie ausgesprochen hatte. Das waren die wahren Peitschenliebe gewesen. Als die Alzheimer-Demenz dies noch verstärkte, gab es kein Intrinnen mehr. Nun war die Mutter offiziell krank und konnte deswegen nicht mehr angegangen werden. Im Gegenteil. Sie musste nun gepflegt werden. Wer würde eine solche Person schon allein lassen? Alles war Teil eines großen Plans. Eines Vertrages. Eines Pakts mit dem Teufel. Rose besaß sogar die gleiche Handschrift wie ihre Mutter. Die alte Verbitterung hatte sie wieder eingefangen. Sie legte das Telefon beiseite, ging zurück ins Esszimmer und betrachtete den runden Tisch. Rose spürte plötzlich, wie eine Art Macht hinter ihr wachte und auf die Exekution des runden Tisches wartete. Welche Wohltat, das Holz im Kamin knistern zu hören. Die Macht siegt immer, zischte es durch den Raum. Immer? Rose schwieg. Als sie den runden Tisch betrachtete, überkam sie eine Art Ruhe. Wie merkwürdig. Sie drehte sich um und sah auf den großen Tisch. Ihr Adrenalin stieg an und ihr wurde heiß. Was ging hier vor? Sie drehte sich wieder um und das Adrenalin sank. Eine Täuschung, dachte Rose. Irgendeine Täuschung ging hier vor. Sie war überfordert und drehte sich noch einige Male zwischen den Tischen hin und her. Immer wieder überkamen sie die gleichen Gefühle. Vergangenheit oder Zukunft? Rose ging zum Fenster und sah in den grauen Tag hinein. Wie gut, dass sie niemand beobachtete, obwohl sie das Gefühl hatte, dass ihre Mutter die ganze Zeit neben ihr stand, damit ihr ja kein Fehltritt passierte. Wie groß war ihr Verlangen nach der Vergangenheit? War sie nicht hierher gezogen, um genau das loszuwerden? Das Loslassen ist einer der schwersten Prozesse im Leben, stellte Rose bestürzt fest. Du willst es, aber du kannst es nicht. Dabei war es so einfach, diesen großen Tisch hinaus in den Garten zu tragen und ihn dort abzustellen. Sie könnte danach immer noch entscheiden, ihn wieder ins Haus zu holen. Immer ein Türchen offen halten. Das hätte ihr auch die Mutter geraten. Das alte Bekannte war doch das Beste. War es das? Sollte sie Eilen anrufen und um Rat fragen? Zur Hölle? Nein! Wegen ihm war sie doch in diesen Konflikt geraten. Wegen ihm stand dieser gammelige Tisch im Haus, wo sie doch einen viel schöneren besaß. Sie wagte es. Es war ein plötzlicher Moment, in dem ihre Mutter unachtsam gewesen war und Rose die Entscheidung traf. Sie ging in die Küche, öffnete dort die Hintertür zum Garten und holte die große Tischplatte. Die trug sie hinaus zum Schuppen und lehnte sie dort an. Dann holte sie die Beine des Tisches und die Stühle. Auch wenn sie die gut für den runden Tisch gebrauchen konnte, doch sie passten nicht. Also landeten sie neben dem Tisch im Garten, sollten ihre Nachbarn noch denken, was sie wollten. Im Schuppen war kein Platz, also müssten die Möbel draußen bleiben. Rose wollte nur wissen, wie es sich anfühlte, einen wesentlichen Teil ihrer Vergangenheit aus dem Haus entfernt zu haben. So war sie schlicht erstaunt, dass sie weder ein schlechtes Gewissen noch ein Schuldgefühl einholte. Es überkam sie eher das Gefühl, etwas besser durchatmen zu können. Als sie das Esszimmer betrat, herrschte eine beruhigende Stille, eine, die sie nicht kannte. Rose blickte aus dem Fenster und sah den Tisch, der einige Meter entfernt in der Kälte stand. Dazwischen das geschlossene Fenster. Sie hatte es gewagt. Sie hatte einen Teil der Vergangenheit aus ihrem Haus verbannt. Wieder läutete das Telefon. Dieser verdammte Techniker! Rose fühlte sich in ihrem Vorhaben gestört und nahm entsprechend gereizt das Gespräch entgegen. Hier ist Ivan! Hörte sie und spürte direkt Zorn aufkommen. Gut, dass sie anrufen! sagte sie spitz. Er unterbrach sie. Ich weiß, dass sie zornig auf mich sind. Ich gebe ihnen noch vier Stühle zu dem Tisch, wenn sie mir ihren alten mit den Stühlen geben. Und ich lege 200 Pfund obendrauf. Er ließ ihr keine Zeit zum Reagieren und wusste genau, was er tat. Diese Stühle gehören zu dem anderen Tisch und ehrlich, was wollen sie mit einem Tisch ohne Stühle? Er lachte. Ich könnte sie gleich heute Abend vorbeibringen und ihren alten Tisch mitnehmen, damit er draußen nicht verkommt. Rose verstummte. Woher wusste er, dass ihr Tisch draußen stand? Reine Vermutung kam es ihr in den Sinn. Er wollte nur Macht über sie ausüben. Das lag auf der Hand. Sie hörte ihn weiterreden. Hören Sie, Rose, ich werde ihren alten Tisch hier nur lagern. Ich werde ihn nicht verkaufen. Aber er sollte geschützt untergebracht werden. Das sehen Sie doch ein, oder? Geschützt? Ivan wusste, wovon er sprach. Er musste nicht den Tisch schützen, sondern Rose. Sie durfte jetzt auf keinen Fall rückfällig werden. Sie können ihn natürlich jederzeit zurückbekommen. Das Geld können Sie dann behalten. Ich hätte dann nur gerne den runden Tisch mit Stühlen zurück. Sie werden keinen Verlust erleiden. Ich übernehme auch jede Montage. Sie wusste nicht, darauf zu reagieren. Hatte Jackie etwa gesehen, dass sie den runden Tisch ins Haus geholt hatte und ihren Bruder direkt informiert? Das ist eine Unverschämtheit! War alles, was Rose herausbrachte. Ja, es war eine Unverschämtheit, dass der alte Mann sich wieder in ihre Belange einmischte. Ivan reagierte mit Schweigen. Er räumte ihr Zeit ein, ihre Wut freien Lauf zu lassen. Die musste raus, damit sie einen klaren Gedanken fassen konnte. Er hörte sie am anderen Ende schnaufen. Nach einer Weile sagte er, ich rufe heute Abend nochmal an, Rose. Sie können sich bis dahin ja überlegen, ob Sie mit dem Handel einverstanden sind. Er legte auf. Mit dieser Rose musste man anders verfahren, um ihr zu helfen. Denn sie selbst wusste scheinbar nicht, was ihr gut tat. Das Gespräch hatte Rose wieder in ihre alten Gefühle geschmissen und eine innerliche Mauer um sie errichtet, um alles gut fernzuhalten. Wie sollte sie die Zeit bis zum Abend nur überstehen? Sie dachte mit Wehmut an die Musik, die sie im Tearoom gehört hatte. Ihr Raum war jetzt so schön leer und sie könnte doch einmal darin tanzen. Doch was tat sie? Sie putzte. Sie putzte und putzte, weil sie ihre innere Wut gegen sich nicht loszuwerden wusste. Dann war es soweit. Gegen Abend klingelte das Telefon. Rose zögerte. Sie fühlte sich in einen Konflikt gebracht. Wie konnte sie der vermeintlichen Freundlichkeit von Jackie und Ivan entkommen? Alles sah nach einer Strategie aus, deren Absicht sie nicht verstand. Sie fühlte sich hin- und hergerissen und hörte das beharrliche Klingeln des Telefons. Sie sah durch das Fenster nach draußen auf den Tisch, den Ivan abholen wollte, um ihn zu schützen, aber sie wollten, der wollte ihm nicht wieder begegnen. Wie sollte das funktionieren? Er kam ihr Stück für Stück näher. Oh, wie sie das hasste! Sie sah auf den runden Tisch und hörte das Klingeln des Telefons, was nicht aufhören wollte. Was ging nur hier vor? Plötzlich durchfuhr ein flüsternden Raum. Nimm ab! Rose sah sich verwirrt um. Nimm ab! zischte es erneut. Draußen begann es zu stürmen, was dieses Zischen erklären könnte. Das Cottage war voller eigenartiger Geräusche, an die sie sich immer noch nicht gewöhnt hatte. Er würde es nicht mehr lange aushalten, dachte sie verbittert und ließ es klingeln. Doch sie kannte Ivan nicht. Er wusste, dass sie direkt neben dem Gerät stand und zählte bereits das zwanzigste Klingeln. Sie würde irgendwann genervt seinen Anruf entgegennehmen. Ja, sie nahm ihn an und rückte ihn gleich wieder weg. Mehr fiel ihr nicht ein, um das Klingeln zu unterbrechen. Dann zog sie den Stecker aus ihrer Station aus der Dose und fühlte sich als Siegerin dieser Schlacht. Als ihr Blick durch das Fenster nach draußen fiel, sah sie, dass es zu regnen begann. Auch das noch. Sie musste unbedingt den Tisch schützen. Lass es! hörte sie es wieder durch den Raum zischen. Doch sie dachte an eine Plane, die sie um den Tisch spannen musste. Vielleicht befand sich eine im Schuppen. Rose hastete in den Garten, während der Sturm ihr den Regen um die Ohren blies und schloss den Schuppen auf. Herr Jeh, sah es hier drin schlimm aus. Sie schob und rückte den hinterlassenen Kram umher, um einen Schutz für den Tisch zu finden. Doch sie wurde nicht fündig. Der Regen wurde stärker. Oh nein, auch die Polsterung der Stühle wäre jetzt ruiniert, wenn ihr nichts einfiele. Sie beschloss, alles ins Haus zu holen. Was nur hatte sie angerichtet? Ein totales Durcheinander. Das konnte doch nicht wahr sein. Das Wasser der nassen Möbel tropfte auf den Boden und bildete Pfützen auf den Steinfliesen. Rose rannte nach oben und holte Handtücher, die sie unter die Möbel auslegte. Welch ein Chaos! Hüten blickte sie ins Esszimmer auf den runden Tisch. Du bist schuld! schrie sie und trat gegen die Tischplatte. In diesem Moment verspürte sie einen Schlag auf ihren Rücken, als hätte sie sich soeben selbst getreten. Dann sank sie weinend in die Knie. Sie war nervlich am Ende. Der Regen prasselte auf das Strohdach des Cottages. Rose wusste nicht, wie lange sie auf dem Boden gesessen und geweint hatte. Ihre Verzweiflung hatte sie von einem in den nächsten Weinkrampf gejagt. Ivan wäre nicht Ivan, wenn er an diesem Abend nicht doch noch vorbeigekommen wäre. Er wusste genau, wie es um Rose stand und auch die Situation, in die er sie gebracht hatte. Da er den runden Tisch nicht mehr ans Haus gelehnt sah, lag es auf der Hand, dass sie ihn hier reingeholt hatte. Er sah Qualm aus ihrem Kamin emporsteigen. Sie hatte doch nicht das gute Stück verfeuert. Er klopfte aufgebracht an ihre Haustür und vernahm ein leises Schluchzen hinter der Tür. Da sie nicht reagierte, klopfte er erneut, lauter und fordernder. Rose, rief er. Rose, bitte machen Sie auf. Seine Angst um den runden Tisch wuchs. Das Schluchzum verklang. Im Haus war nun alles still. Rose, ich weiß, dass Sie da sind. Ich wollte Ihren Tisch abholen, um ihn einzulagern. Und ich habe 200 Pfund dabei. Bitte machen Sie auf. Was hatte er erwartet? Dass sie ihm Freude strahlen um den Hals fallen würde, weil er so ein guter Mensch sei? Oh Gott, er wollte gar nicht daran denken, dass sie seinen Tisch klein gehackt und im Kamin vernichtet hatte. Welch eine Katastrophe. Das durfte nicht sein. Er konnte sich doch nicht so geirrt haben. Rose, schrie er jetzt. Zum Teufel, machen Sie die Tür auf. Vielleicht war noch etwas zu retten. Dann hörte er von drinnen Rose schreien. Was fällt Ihnen ein, mich derart zu belästigen? Belästigen? Ivan starrte auf die Tür, an der nicht einmal ein Weihnachtsgesteck hing. Er machte sich doch nur Sorgen um sie. Um den Tisch und das, was diese ganze Prozedur bewirken sollte. Ich will meinen Tisch zurück, rief er entschieden. Sofort! Er klopfte erneut. Sie wissen meine Freundlichkeit nicht zu schätzen. Ich will meinen hunden Tisch zurück. Rose überlegte. Sollte sie ihn auf die harte Tür verjagen? Er brachte ihr nur Unruhe und Verzweiflung. Also rief sie, habe ich verbrannt. Ivan wich erschüttert vor ihrem Eingang zurück. Sie haben... Was? Ich habe ihren dämlichen Tisch verbrannt, damit sie endlich Ruhe geben. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Das ist nicht ihr Ernst. Doch! schrie sie, damit er endlich Ruhe gab. Sie sind... Sie sind... Er wollte sie nicht eine Hexe nennen, doch er besann sich. So entschied er aber, eine abscheuliche Person zu sagen. Ja, das traf es ziemlich genau. Sie war abscheulich. Das wollte sie doch schließlich hören. Rose nickte hinter der Tür und schluckte die Verbitterung herunter, die sie verspürte. Endlich hatte sie ihn soweit. Gut gemacht, hörte sie ihre Mutter in Gedanken flüstern. Oh nein, hörte sie es aus dem Esszimmer zischen. Sie will mich verbrennen. Rose sah sich erschrocken um. Wer hatte das geflüstert? Ich werde ihnen nie wieder etwas anbieten und bitte betreten sie nie wieder mein Geschäft, sie unbelehrbares Weibsbild. Noch nie hatte Ivan solche Worte in den Mund genommen. Er griff sich ans Herz und keuchte seine eigene Aufregung aus sich heraus. Sie vergiften ihre ganze Umgebung, rief er noch, als er sich umdrehte und zu seinem Van zurückging. Darin hatte er Decken ausgelegt, um diesen großen Tisch unbeschädigt abzutransportieren. Er hatte sich die Mühe sparen können. Seine ganze Welt kam an diesem Abend in Unordnung. Dabei hatte er gedacht, dieser Person eine Freude zum Fest bereitet zu haben. Rose hörte den Van davonfahren und sank hinter der Tür zu Boden. Was hatte sie getan? Sie wollte doch nur verhindern, dass er ihr verweintes Gesicht sah und unangenehme Fragen stellte. Wie hätte sie seine Hilfe annehmen sollen? Sie wusste sich ja nicht einmal selbst zu helfen. Draußen prasselte weiterhin der Regen. Während sich ihre Nachbarn weihnachtliche Musik anhörten, wurde sie von Sturheit und Verbitterung geplagt. Sie konnte sich nicht überwinden, freundlich zu sein. Am späten Abend hörte sie die Weihnachtssinger durch die Straße ziehen. Ihnen folgten die Anwohner von Ellaford und Bossington bis zur Küste. Dort gab es ein großes Weihnachtsfeuer, um den Geist der Weihnacht zu empfangen. Die Information dazu hatte überall an den Infowänden der Orte gehangen, damit niemand dieses kleine Fest vergaß. Rose lugte durch einen Ritz ihrer Gardinen, um der Prozession zuzuschauen. Der Chor hörte sich bezaubernd an und sie sah die dick vermummten Bewohner die Straße mit Fackeln entlang ziehen. Der Regen hatte nachgelassen und es nieselte nur noch ein wenig. Wie schön das aussah! Wie immer sah Rose dem wahren Leben nur vom Fenster aus zu. Morgenabend würde die Weihnachtsmesse im Ort stattfinden. Auch das war sicherlich herzerwärmend. Doch Rose konnte sich nirgends mehr sehen lassen. Die Menschen zogen an ihrer Haustür vorbei und sie stellte voller Schuldgefühl fest, dass Ivan nicht unter ihnen war. Was hatte sie getan? Die ganze Nacht gingen ihr die Klänge des Chores nicht aus dem Kopf. Vor ihrem Haus spielte sich die Welt ab, die sie sich ein ganzes Leben lang herbeigesehnt hatte. Sie musste nur die Tür öffnen und hinausgehen. Nein, niemals! flüsterte sie verbissen und lief nach unten, um sich eine Schlaftablette zu holen. Die musste ihre Unruhe stoppen. Am nächsten Morgen Das Haus sah chaotisch aus. Die ganze Küche war vollgestopft mit ihren alten Essmöbeln. Anstatt Ordnung zu schaffen, hatte sich Chaos ausgebreitet. Voller Wut kämpfte Rose sich zum Wasserkocher durch, um sich einen Instant-Kaffee zuzubereiten. Der Tag begann wieder mit tief hängenden, grauen Wolken. Rose hatte nicht die geringste Weihnachtsdekoration im Haus angebracht, weil sie alles weggeworfen hatte, als sie den Umzug vorbereitete. Die Weihnachtszeit hatte noch nie eine gute Erinnerung in ihr hinterlassen. Ihre Mutter pflegte immer, diesen fertig dekorierten Kunstbaum vor dem großen Fenster zur Straße aufzustellen, damit ihr alle sehen konnten. An die Fenster hing sie bombastische Geschenke, Gestecke und sagte, jeder soll sehen, wie gemütlich es bei uns ist. Doch da war nichts Gemütliches, nicht einmal Besinnliches. Es war ein Tag wie jeder andere auch, nur, dass Rose ein Geschenk bekam, das sie wenig erfreute. Ein weiteres Kleidungsstück, was sie mit Widerwillen ihrer Mutter zuliebe anziehen würde. Sie hingegen hatte ihr immer schöne Dinge gekauft, die dann in einem Schrank verschwanden, als wollte sie die bettelnde Liebe ihrer Tochter nicht spüren. Weihnachten wurde regelrecht abgehandelt. Der Baum und die Dekorationen verschwanden am nächsten Tag und es war, als hätte es Weihnachten nie gegeben. Jetzt stand Rose in der Küche zwischen all den Essmöbeln, hielt eine Tasse dampfenden Kaffee in der Hand und sah durch die Hintertür in den Garten hinaus. Was war nur aus ihrer Idee geworden, hier ein neues Leben zu beginnen? Sie wohnte schon fünf Monate in Bossingen und nichts hatte sich verbessert. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer und sie dachte an diesem Morgen ernsthaft darüber nach, dieses Haus wieder zu verkaufen, weil sie ihre eigene Abscheu, die sie an den Tag legte, nicht mehr ertragen konnte. Es fühlte sich an, als würde ihr Leben rückwärts laufen und nicht vorwärts. Dabei hatte sie so vieles verändern wollen. In ihrem Kopf waren Ideen und Träume entstanden, wie sie endlich glücklich werden könnte, doch sie stand sich selbst im Weg. Sie lebte weiterhin mit Verboten, Bestrafungen und Beschimpfungen. Sie sah oft die gestapelten Möbel und sagte »Frohe Weihnachten!« »Frohe Weihnachten!« erklang ein Flüstern aus dem Esszimmer, was Rose erschrocken zur Tür blicken ließ. Wer hatte das geflüstert? Sie hatte es genau gehört und ging mit ihrem Kaffee ins Esszimmer. Der runde Tisch lehnte immer noch an der Wand, daneben der gedrechselte Fuß, daneben stand der gedrechselte Fuß und lag die Plastiktüte mit den Materialien und der Weihnachtskarte. Rose stellte ihre Kaffeetasse auf das Fensterbrett und griff zur Tüte. Sie holte die Karte heraus und las noch einmal Ivans Brief. »Frohe Weihnachten!« wünschte er ihr. Sie sah auf den Tisch. »Früher hatten ihr die Kollegen frohe Weihnachten gewünscht, auch die Nachbarn, denen sie kurz vor dem Fest begegnete, wenn sie von der Arbeit heimkam.« Ihre Mutter hatte ihr nur das Geschenk gereicht und »Für dich!« gesagt. Es hatte sich angefühlt, als hätte sie ihr einen Putzlappen in die Hand gedrückt und »Mach sauber!« gesagt. Aber einen Tisch hatte ihr noch niemand geschenkt. Sie sah ihn an und spürte in diesem Moment, dass sie irgendetwas zu ihm hinzog, als flüsterte er ihr leise und vertraut »Trau dich!« zu. Sie näherte sich zaghaft und streckte ihre rechte Hand nach ihm aus. »Wie albern!«, dachte sie und zog die Hand wieder zurück. »Der Tisch konnte doch nicht reden!« Sie betrachtete den abgeblätterten Lack und nickte. »Ja«, sagte sie, »du müsstest auch mal dringend überholt werden. Sieh dich an, wie du aussiehst!« »Zum Fürchten!« »Wer mag schon an dir den Nieren!« Es war, als spräche sie zu sich selbst. »Sieh dich an, wie du aussiehst!« »Zum Fürchten!« »Wer mag schon mit dir den Nieren!« Es halte wie ein Echo durch den Raum und sie wich erschrocken zurück. »Die Einsamkeit«, kam es ihr in den Sinn. »Es muss die Einsamkeit sein, die mich verwirrt.« »Sie schickt mir Stimmen!« »Und Wut«, flüsterte es von irgendwoher. Rose sah erschrocken zur Tür und ließ Ivans Karte fallen. Sie landete zu ihren Füßen. »Frohe Weihnachten«, las sie. Sie hob die Karte auf, brachte sie ins Wohnzimmer und stellte sie auf den Kaminsims, direkt neben das Bild ihrer Mutter, die sie mit scharfem Blick ansah. Als Rose einen Schritt zurück trat, um ihre erste Weihnachtsdekoration zu betrachten, fiel die Karte plötzlich zu Boden. Sie hob sie wieder auf und stellte sie erneut neben das Bild. Wieder fiel sie zu Boden. Rose schüttelte irritiert den Kopf und wiederholte den Vorgang. Wieder passierte das Gleiche. Voller Wut sah sie auf das Bild ihrer Mutter, als wäre sie schuld, dass die Karte nicht neben ihr stehenbleiben wollte. Wie absurd! Doch sie wollte einen Versuch wagen. Er griff das Bild, legte es mit dem Gesicht nach unten auf den Wohnzimmertisch, als verböte sie ihrer Mutter die Teilnahme an dem Experiment und stellte die Karte wieder auf den Kaminsims. Dann wartete sie auf das, was passieren würde. Ha! Die Karte blieb stehen. Das ist absurd! sagte sie verächtlich. Er griff das Bild ihrer Mutter, stellte es wieder daneben und verließ das Zimmer. Als sie sich an der Tür noch einmal umschaute, lag die Karte auf dem Boden. Wenn das Leben für dich nur aus Härte und Lieblosigkeit besteht, dann verlierst du den Blick für das Mystische und das Geheimnisvolle, das das Leben dir mitteilen möchte. Rose hatte das Geheimnis des Lebens nie kennengelernt, das wie ein Schleier aus Zuckerwatte durch die Luft fliegt und nur die erreicht, die es sehen können. Es sind die kleinen Dinge, es sind die kleinen Dinge, die passieren und dir Zeichen geben, wie du mit dir und deinem Leben verfahren sollst. Da Roses Mutter dieses Geheimnis seit ihres Lebens ihrer Tochter verwehrt hatte, konnte Rose die Sensibilität dafür nicht entwickeln. Doch an diesem 24. Dezember in dem kleinen Cottage in Bossington verspürte sie zum ersten Mal, dass das Leben etwas Geheimnisvolles für sie bereithielt. Der Vorgang mit der Karte war physikalisch unmöglich, denn es war weder ein Luftzug durch den Raum gegangen, noch war die Karte schief geschnitten. Nein, hier waren andere Mächte am Werk, die sie nie zuvor wahrgenommen hatte. Das Flüstern hatte dazugehört. Als Rose an der Tür stand und die Karte ansah, fragte sie sich, warum ihre Mutter so geworden war. Was mochte sie erlebt haben, um ihre eigene Tochter unter dieser Glocke des Misstrauens gehalten zu haben? Dass ihr Verhalten nicht normal gewesen war, stellte Rose immer dann fest, wenn sie andere Menschen beobachtete. Sie lachten und trafen sich ohne Scheu. Wo nur war diese Leichtigkeit zu finden? Roses Leben fühlte sich wie ein Spinnennetz an, an dem sie zu entkommen versuchte, aber ständig kleben blieb. Bei jeder freundlichen Begegnung vermutete sie böse Hintergedanken, obwohl es keine gab. Doch wenn sie nur lang genug suchte, wurde sie immer fündig. Was dann den Kontakt zerstörte. Rose sah auf das Bild ihrer Mutter und es war ihr, als sähe sie ihr eigenes Gesicht. Diese Augen, die vor lauter Verachtung jedem entgegenlungerten, der sie ansah. Diese Gesichtszüge, die wie ein Hexengesicht aus einem Märchen wirkten. Härte, Lieblosigkeit, Strenge und Zorn. Eine Menge Zorn, konnte Rose erkennen. Auf wen war ihre Mutter so zornig gewesen? Sie als Tochter konnte es nicht gewesen sein, weil sie ständig allem schweigsam gefolgt war. Der Zorn musste früheren Ursprungs sein. Rose war nur ein Leben lang die Zielscheibe gewesen. Die Mutter hatte immer ins Schwarze getroffen. Immer. Das hatte Roses Herz verstümmelt. Jetzt spürte sie diesen schweren Klumpen, der in ihrer Brust rhythmisch gegen die Rippen stieß. als wollte er den Käfig sprengen, in dem sie gefangen hielt. Ivan legte zur gleichen Zeit seine alten Hände auf sein Herz, um es zu beruhigen. Doch es beruhigte sich nicht. Er war zum ersten Mal nicht mit den Weihnachtssängern mitgelaufen und hatte seiner Schwester erklärt, dass er eine Erkältung heranlahm spürte. Sie verstand. Er wurde ja nicht jünger. Jetzt fehlte Ivan dieser Abend, der immer so wohltuend Weihnachten eingeläutet hatte. Die Gemeinschaft war herzerwärmend und wirkte schützend auf sein Wohlbefinden. Auf seiner Fensterbank standen die Weihnachtsgröße seiner Schwester, von Freunden und Nachbarn. Es wurden jedes Jahr mehr Karten, die Freundschaft und Verbundenheit symbolisierten. Rose hatte ihm dieses Fest verdorben. Dabei hatte er sich nur auf seinen Instinkt verlassen, der ihn immer richtig geleitet hatte. Er wurde alt. Die Gabe verblasste. Er sollte vorsichtiger werden, wem er noch Hilfe anbot. Gestern hatte er ein wunderschönes Möbelstück in den Tod geschickt. Es schmerzte sein Herz, wie andere der Tod eines geliebten Verwandten. Es war nur richtig, dass er Rose verboten hatte, sein Geschäft noch einmal zu betreten. Sie brachte nur Leid und Schmerz über ihn. Seine Geduld hatte sich als Irrtum erwiesen. Das Leben hatte ihn jetzt gewarnt. Die Welt veränderte sich eben. Und er war ihr nicht mehr gewachsen. Wenn er ehrlich wäre, hatte er schon lange diese Zeichen gespürt. Immer mehr junge Menschen rannten durch seine Hallen, lichteten alles mit diesen Smartphones ab, telefonierten, anstatt zu schnuppern, diskutierten, handelten und werteten ab. Nur wenige zeigten Respekt den alten Dingen gegenüber. Es gab kaum noch Wertschätzung. Dafür wuchsen die Müllberge und vergifteten die Luft und das Klima. Ivan spürte, wie sein Leben langsam auf das Ende zuging. Sein Vater war mit 78 gestorben, seine Mutter mit 75. Er war nun auch 78 und hatte gehofft, noch die 80 zu erreichen. Doch Rose hatte ihn klar zum Umdenken gezwungen. Sein Glaube an die Menschheit wurde kleiner. Er sah traurig auf den Kuchen, den seine Schwester ihm gestern Abend reingebracht hatte. Jackie, ja, auch sie war eine gute Seele, die sich an Rose die Zähne ausbiss. Doch sie nahm es leichter. Sie hatte eben nicht seine Gabe, alle Dinge dieser Welt als Geheimnis zu sehen. Das war ihr Glück. So fand Ivan oft Trost in ihren Worten und mit ihrem leckeren Gebäck. Ivan sah auf die Uhr. Es war schon spät. Heute war der 24. Dezember und er musste noch seinen Junkshop öffnen. An diesem Tag waren besonders viele Kunden unterwegs, die sich auf der Suche nach Geschenken befanden. Zudem hatte er heute 50% Nachlass auf alles angekündigt, damit noch vieles wegging. Das war gleichzeitig sein Weihnachtsgeschenk an die Kunden. So warteten viele gerne auf diesen Tag, um noch etwas zu sparen. Der alte Mann raffte sich auf und machte sich fertig. Ihm war ganz und gar nicht nach diesem Fest. ich halte dich, bis zum nächsten Mal. du hast dich, Hier ist es ,